Jo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder mit euch Monsterpacker07. Das ist ein neues Video auf meinem Kanal. Heute machen wir was anderes als Fortnite. Heute machen wir ein YouTube-Tutorial, wie ihr als Sharefactory benutzen könnt. Also, alles klar. Also, ihr nehmt das hier und geht auf ein neues Projekt. Sucht euch irgendein Dings aus, wie heißt das? Ähm, was am Anfang immer kommt. Äh, wie heißt das, was am Anfang immer kommt? Intro. Intro, genau. Sucht euch hier ein Intro aus. Ich bevorzuge immer das hier. Guckt ihr, welches ihr haben wollt. Dann geht ihr auf Videos. Die, dass ihr schneiden möchtet, könnt ihr euch ja aussuchen, was ihr zum Beispiel gemacht habt. Schon. Damit das auf YouTube hochgeladen werden kann, nehmt ihr das hier oben. Das ist das Letzte, was ihr gemacht habt. Oder wenn ihr was anderes machen wollt, geht ihr halt weiter runter. Und ja. Hier nehm ich das hier einfach. Projekt beginnt. Wenn ihr euer Projekt umbenennen wollt, also euer Video umbenennen wollt, gebt ihr hier einfach ein irgendwas, was ihr wollt. Zum Beispiel, ich schreibe jetzt einfach irgendeinen Scheiß. Irgendeinen Scheiß. So. Dann drückt ihr fortfahren. Und hier kommt dann euer Video mit eurem Intro. So. Dann steht hier alles. Ja, das ist jetzt nur eine Minute. Und dann kommt hier das Outro. Ja. Hier könnt ihr dann zum Beispiel, wenn ihr hier auf Plus geht, könnt ihr Überlagerungen hinzufügen. Oder ihr macht einfach direkt so Überlagerungen bearbeiten. Da drückt ihr auf Viereck und dann einmal runtergehen. Seht ihr hier so richtig euch aus, ob ihr Sticker haben wollt. Zum Beispiel. Äh. Ja. Das hier. Mache ich für eine Sekunde mal rein. Die könnt ihr die Zeit auch umändern. Macht ihr einfach so rein. Hier. Oder da. Zu der Banane. Passt eine Banane. Oh, Junge, Alter. Ähm. Habe ich hier eine Banane? Nein, ich habe keine Banane. Deswegen nehme ich einfach hier Almenikus. Von Deutschland. Macht den hier hin. Passt zu Bananenkopf. Oh, hat schon mehrmals gewechselt. Egal. Scheiß drauf. Huch. Dann geht ihr da rauf. Macht zum Beispiel. Ey, ihr könnt auch Texte reinschreiben. So wie. Ich weiß, was ich hier reinschreibe. Warte. Warte. Bitte. Helfen. Sie. Mir. Ich. Bin. In. Gefahr. So könnt ihr das dann schreiben, dann so, keine Ahnung, zeitlich, passend dahintun. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Was finden Sie? So. Und dann halt hier noch kleine Kines, tut ihr da in seinen Fress ein bisschen Kines rein, ein bisschen Nudeln in seinen Kines-Fress. Könnt ihr das hier benutzen, die letzten Sekunden in seinen Kines-Fress. So passend hier hin tun. Und dann, ja, dann kann ich euch das Video jetzt ganz zeigen. Ah, was, was nicht, was nicht, was ihr nicht vergessen dürft, am Anfang immer diese Kines-Like-Daumen hoch. Das ist hier weiter unten, tut ihr hier Like hin, zack, ganz nach hinten, weil dann ist das Intro vorbei. Also nicht ganz vorbei, aber dann ist das, keine Ahnung, wie nennt man das? Das vordere Intro vorbei, sozusagen. Immer Like, Subscribe dahin. So, und jetzt sag ich das Video. Hallo? 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 Okay, warte. Ich muss kurz den Lama-Skin suchen, weil da ist ja jetzt dieses Hüpf-Lama im Dings. Was finde ich denn? Nein, ich hab, es gibt ja diesen Lama-Skin, ne? Komm jetzt rein. Nein, nein, ich hab den schon, es gibt ja diesen Lama-Skin, ne? Ich hab dich falsch in. Ja, den Lama-Skin. Ach, den Lama-Skin. Ja, ich weiß, mit Hüpf-Lama zusammen. Ja. Ja, ich weiß, mit Hüpf-Lama zusammen. Mann, ich will den, ähm, Star Wars-Skin. Ich soll grad auch verplanen, du bist der. Bin ich dumm oder so? Der ist wieder. Ihr könnt dann halt noch mehr Dings reinmachen, noch mehr Bearbeitung reinmachen, aber das ist dann auch dann egal, ne? Ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Und das nächste Video kommt entweder nächste Woche oder in ein paar Tagen. Ja. Tschüss. Und seid ihr Menschen brav. Sonst gibt's Papuchi von kleinen Kinders. Trupa. Verstanden? Pala gut. Soos.